willkommen liebe freunde beim modell und bahn ihrem modell und eisenbahn magazin ich begrüße sie wieder alle ganz herzlich und es steht wieder eine neuheitenpräsentation ins haus vorher woche erinnern sie sich ja habe ich einem jott die neuheiten vorgestellt ja und dann hatte ich in der vergangenen woche ein zwei drei tage später einen anruf bekommen und sie glauben nicht wer dran war es war mich lorbeer der sagt frank du musst mal kommen au hagen hat was neues ja und nun bin ich hier beim mike in der werkstatt er hat schon einiges aufgebaut was er präsentieren wird hat er nicht so richtig gucken lassen hat nur gesagt frank du wirst dich freuen da ist eine überraschung auch für dich dabei das heißt also ich bin tt bahner da bin ich mal gespannt was da jetzt kommt so nun werde ich sie länger warten lassen liebe freunde mike schart schon mit den hufen er will also unbedingt die neuheiten von au hagen loswerden die sommer neuheiten auf geht's mike los geht's ja hallo frank vielen lieben dank dass ich dir heute die au hagen sommer neuheiten präsentieren darf und ich kann dir eine sache versprechen und natürlich auch den modellbahnfreunden 4tt habe ich noch eine ganz tolle überraschung mit dabei ich fange aber an mit der nenngröße halb null und zwar nicht mit au hagen sondern mit einer firma die ja ins portfolio von au hagen gehört sie haben es erraten mini car ich gehe mal kurz in den keller so die firma mini car hat was neues rausgebracht und zwar einen multi car m24 mit einem führerhäuschen das sieht man in gewohnter qualität wir haben also eine wahnsinnig tolle bedruckung wieder an den fahrzeugen die fahrzeugführerfigur robert ist natürlich auch wieder mit dabei muss man sich selber anmalen und wir haben ein beladegut eine baggerschaufel oder einen greifer für einen lada so heißt es richtig habe ich mir sagen lassen und wir haben eine türbeschriftung da steht nämlich drauf veb weimar werke und diese weimar werke haben ja die bekannten lada t 170 und 72 produziert und dafür ist dieses fahrzeug gedacht also ganz tolle ausführung wieder spiegel sind natürlich mit bei gar keine frage gummi bereifung wir haben die nummernschilder aufgedruckt und auch bedruckte rückleuchten mit blinkern ich denke da bleibt erst mal kein wunsch offen für den h0 bahner wie gesagt mit beladegut eine baggerschaufel liegt bei ich glaube das ist schon mal ein ganz cooles modell und wird garantiert auch in meine sammlung kommen und jetzt kommen wir natürlich zu den auhagen neuheiten und da fange ich auch an mit h0 ich stelle das bloß mal weg und stelle hier mal eine sache auf den tisch dies in sich hat und hier passt ein spruch ganz gut den ich mal von einem ja lieben redakteur gehört habe den ich sehr schätze und zwar dem klaus eckert der hat mal gesagt in zügen denken was nichts einfacheres heißt als ja wenn ich eine lok rausbringe brauche ich die passenden wagen und wenn ich passende wagen habe muss ich natürlich auch eine lok dazu bringen und genauso in zügen denken hat die firma auhagen hier bei diesem produkt gemacht und zwar geht es um das sogenannte fischerhaus das sehen wir hier in der mitte jetzt werden einige auf die idee kommen und sagen ja ist ja keine neuheit weil das haus kennen wir schon ja richtig das haus kennt man aus dem bauernhof aus dem bausatz vom bauernhof und wir haben aber hier noch eine menge sachen mit dazu gegeben um daraus wirklich ein fischerhaus zu machen denn ja herrschaften immer nur neue häuser produzieren geht nicht also auch da müssen die firmen immer wieder mal zurückgreifen auf das eine oder andere haus das schon im bestand ist so haben was hier gemacht und ich denke die überarbeitung dieses gebäudes ich fange mal hier oben an hier sieht man also dass eine sehr schöne dach ausrüstung für das fischerhaus mit dazu gekommen ist wir haben diesen kleinen schauer diesen unterstand entweder für ein fahrzeug oder für boote für ähnliches wir haben fenster laden die sind auch neu aus einem druckbogen die sind aus einem stärkeren karton kann man sich ausschneiden aber ich kann euch sagen auf dem druckbogen sind so viele fensterläden drauf auch verschiedene da könnt ihr euch eure sorte aussuchen das was ihr haben möchtet ich habe es hier mal mit blauen fensterläden gemacht und wir haben noch eine ganz tolle sache aus gelasertem karton liegt hier dieser kleine windfang bei sehr filigran gehalten mit diesen typischen ja ich weiß gar nicht hießen die mal ovulen platten oder so ähnlich ich weiß es nicht diese gelben platten kennt man wahrscheinlich noch ist ein sehr schönes gebäude geworden kann man vielleicht nicht nur als fischerhaus verwenden und eine sache haben wir noch mit dazu gemacht und zwar sieht man es hier vorne stehen so ein kleines gestell der frank sagte vorhin schon ach cool wäschelein mit dazu gemacht ja so in der art über diese gestelle wurden also damals die fischernetze rübergelegt ich weiß nicht zum trocknen oder zum flicken da bin ich jetzt nicht ganz firm aber ich war vor einiger zeit oben an der küste im raum rügen und habe dort wirklich noch diese starken gesehen mit diesen gestellen also das ist auf jeden fall eine geschichte dies heute noch gibt der zweite bausatz der mit dazu gehört ist auch was cooles und zwar dieser kleine fisch verkauf und dieser kleine hofladen sozusagen auch bekannt gibt es schon eine weile im programm wir haben eine neue grundplatte dafür gemacht mit einem fundament ringsrum neu ist auch die dieser aufsteller hier für die verkaufsschütten in denen hier also auch fische liegen die verkauft werden können das ist ja ein fisch verkauf stühle liegen bei wir haben eine feuerschale ich drehe es mal so rum dann sieht man hier sind auch noch abfalltonnen mit dabei und wir haben räucheröfen mit dazu gemacht zwei stück an der zahl wobei man sagen muss die räucheröfen sind 3d druck ist ja heute üblich dass man so was macht und ich nehme das dach ab und lasse ich mal so ein bisschen reinschauen in die ganze geschichte da kann man nämlich erkennen eine komplette ausgestaltung ich kann es ja mal hier versuchen in die kamera so zu stellen wir haben hier eine komplette ausgestaltung drin da ist ein verkaufstresen drin da ist noch ein regal mit ganz vielen flaschen drin und so weiter und natürlich eine passende innendeko und was ich besonders toll finde ist dass bei dieser innendeko also auch noch verschiedene sachen mit beiliegen zum beispiel so ein landverkauf ist hier mit bei wir haben hier obst und gemüse verkauf mit bei könnt ihr also ausgestalten wie ihr wollt passt vielleicht auch auf den marktplatz oder ähnliches und und das fand ich eben ganz cool dieselben beschriftungsbögen liegen noch in niederländisch bei also für unsere niederländischen modelleisenbahn freunde greift zu wunderschöne sache und ist ein cooles kleinod was man auch wie gesagt separat vielleicht auf den marktplatz stellen kann oder ähnliche sachen und dort ein verkaufsladen darstellt dritte sache die wir dazu gemacht haben ist das bootshaus mit spielanlage steht hier drüben so ich drehe es mal ein bisschen so in die kamera auch hier ja dieser kleine schuppen dieses kleine bootshaus kennt ihr eine oder andere vielleicht als feldbahn schuppen aber wir haben hier komplett neue tore dafür gemacht die sind also auch im spritzguss verfahren entstanden blechtore die innen profiliert sind also sehr dünn gehalten wurden und natürlich wenn ich es offenstehend mache kann man dann erkennen dass die innen also die struktur mit aufweisen gefällt mir sehr gut wir haben eine feldbahnschiene mit bei wir haben hier eine feldbahn lore also so eine ja wie sagt man so ein slip schiff slip schlitten dabei und wir haben zwei boote mit dabei die sind nach original konstruktion dargestellt was mir gefällt ist wir haben einmal einen mit einem außen border und wir haben einmal ein boot mit paddeln als ruderboot und hier kann man auch erkennen also auch innen wurde nicht gespart wir haben ja so ein holzfußboden drin paddel liegen noch dabei die sind aus lasercut wir haben hier einen kleinen außen border und so weiter dann gibt es noch dazu einen kleinen bootsteg mit im wasser liegenden tonnen also diese tonnen sind halb dargestellt den bootsteg kann man sich so ein bisschen aufbauen wie man möchte in der länge finde ich ganz cool weil bis jetzt hat sowas ja bei uns auch noch nicht gegeben und passt natürlich auch alles ein bisschen zu dem thema wasser was wir im letzten jahr angefangen haben sie erinnern sich vielleicht also die flusslandschaft und der weier waren ja zwei produkte die wir unter anderem rausgebracht haben schilf haben wir mit rausgebracht und da passt natürlich dieses ganze ensemble sehr sehr schön mit rein ich bin aber noch nicht am ende damit denn zu diesem bootshaus gehört natürlich noch eine sache ich nehme auch hier mal das dach ab wir haben hier eine komplette innenausgestaltung ja vielleicht kann man das sehen ich hoffe hier oben die kleinere kamera nimmt es auf wir haben also wieder eine dekoration innenwände also man guckt nicht in ein nacktes gebäude sondern man hat hier innenwände ich sehe hier fässer ich sehe hier ein arbeitstisch mit schraubstock und schrank feuerlöscher alles so was sehe ich hier drin also komplett ausgeschaltet wie gesagt dach kann man ja mal abnehmbar lassen und hier ist noch eine kleine spielanlage aus laser cut mit drin wer jetzt sagt ja die kenne ich ja schon die war ja in der spielanlage die man motor betreiben kann weit gefehlt liebe freunde denn die wurde neu konstruiert die sieht halt doch ein bisschen anders aus als das was schon in der motorischen spielanlage mit drin war und last but not least natürlich ein faden darf auch nicht fehlen also ich denke mal das sind drei wunderschöne sachen in zügen denken hier haben wir ein ganzes thema und wer jetzt auf die idee kommt und sagt ja warum habt ihr das nicht alles in ein set gepackt naja liebe freunde das ist einfach so es wird zu teuer und so ist es doch individueller einsatzbar der eine sagt ich brauche nur das bootshaus mit einem steg der andere sagt das fischerhaus gefällt mir und der dritte sagt ich brauche halt nur den verkaufsladen den hofladen ist alles einzeln erhältlich ich denke das ist auch eine gute sache die dinge die noch zur ausgestaltung damit beiliegen sind so dermaßen viel ich glaube da werdet ihr auch noch für andere projekte genug haben so für h0 soll es das erst mal gewesen sein ich glaube es ist schon wieder eine ganze menge und jetzt ja ich sehe schon ich glaube frank trampelt jetzt auch schon jetzt kommen wir natürlich zu einem thema tt ich räume das mal kurz weg ich habe umdekoriert und die tt bahner wissen natürlich was jetzt kommt ja klar die bahnsteige ich lese auch ab und zu ein bisschen im internet mal mit und da tauchten auch fragen auf warum habt ihr die nicht schon viel eher rausgebracht das hatten ganz einfachen grund auch hier gilt wieder dass es uns nichts genützt hätte wenn man nur ein teil eines bahnsteiges oder diese schöne ausstattung rausbringt und dann sagt im nächsten jahr kriegt er den zweiten teil dazu im dritten jahr den dritten teil das funktioniert einfach nicht wir haben gesagt wir müssen das alles zusammen rausbringen jetzt liegt es nicht daran dass wir das zeitlich nicht schaffen von der konstruktion sondern sowas muss natürlich auch gut durchdacht sein und viele viele arbeitsgänge sind davon oder dazu von nöten und natürlich auch betriebswirtschaftliche gründe spielen da immer eine rolle jetzt haben wir es endlich gemacht alle drei sachen kommen zusammen raus eigentlich sind es vier sachen auf die vierte sache gehe ich dann aber noch mal separat ein und ich möchte es euch kurz vorstellen die bahnsteige kennt man ja eigentlich schon aus dem programm in h0 oder in der nenngröße n hier haben wir also sehr kompromissfrei oder kompromisslos sagen wir es mal lieber so diese bahnsteige auch für tt umgesetzt also auch hier gibt es eine bahnsteig überhöhung ja also das wasser würde hier von der mitte des bahnsteigs zu den rändern weg laufen wir haben eine wunderschöne gravierte bahnsteig oberfläche hier habe ich die einfache bahnsteig verlängerung kann man sehen hier sind sogar noch mal versteifungen mit drin und ich kann auch hier wenn ich möchte den treppen abgang noch mit einsetzen ist verlängerbar wie ihr das braucht denke ich eine schöne sache und dann habe ich hier natürlich ich habe das mal auf dem karton aufgestellt weil ihr seht schon hier ist jetzt der bahnsteig abgang mit dran diesen wunderschönen bahnsteig mit überdachung und die stützen sehr filigran geworden wir haben hier und dann noch bahnsteig schilder hängen wir haben hier ein wunderschönes aus laser cut geschnittenes geländer mit bei und natürlich auch die option dass ich diesen treppenabgang einbauen kann oder ich lasse ihn einfach weg dann habe ich einen geschlossenen bahnsteig sieht natürlich ganz toll aus im gegensatz zu denen in halb null oder in der nenngröße n ist dieser bahnsteig mit grünen säulen versehen worden das hat einen ganz tollen grund nämlich es gibt für diesen bahnsteig noch eine neue bahnsteig ausstattung ganz genau gesagt eine s bahn bahnsteig ausstattung muss ich eine weile üben so die habe ich mal hier hingestellt ich hoffe die kamera hier oben kann das alles schön aufnehmen wir haben also diese kleinen bekannten bahnsteig häuser diesmal in weiß mit grünem stahlfachwerk und wir haben eine sache gemacht dass wir gesagt haben es wird nicht nur eine alte ausstattung dafür geben sondern auch eine sehr moderne ausstattung da mit bei sind zum beispiel diese kleinen fahrkarten automaten in ich halte einfach mal hoch hier habe ich einen modernen aus ddr zeiten epoche 4 müsste das gewesen sein glaube ich da kamen die dann so auf wir haben also hier die anzeigenbeschilderung natürlich ganz modern wie es momentan überall ist im blau mit weißer schrift ja so sehen die dann aus wenn ich die anderen epochen drei oder vier verwende und natürlich auch anderes zubehör wie diese namensschilder der bahnhöfe habe ich hier mal eins in blau und hier habe ich dann eins mit dem namen ostkreuz das ist berliner s bahnhof finde ich sehr cool gemacht es liegen natürlich noch andere namen bei also alle oder viele bahnhöfe die es bei auch im sortiment gibt sind bei diesem bahnsteig mit abbildbar und man darf das auch oder sollte es nicht nur als als s bahnsteig betrachten nur weil er grüne stützen hat also diese bahnsteige es ist ein ganz normaler fernbahnsteig standen natürlich überall rum und nicht nur in berlin glaube ich ja nichtsdestotrotz ein cooles set jetzt habe ich mal im internet gelesen fand ich total interessant dass einer gesagt hat naja seit wann beschäftigen sich die sachsen jetzt auch noch mit einer ddr strömschiene hier von der s bahn liebe leute hatten ganz einfachen grund weil viele wissen das natürlich schon die firma kress sich mit dem modell des et 167 beschäftigt also dieser stadtbahner die berliner s bahn ich selber kenne es noch bin als schulpiepel mit dem ding gefahren immer wenn wir zum schwimmunterricht mussten und natürlich auch so und da hat sich die firma auch haben dann gesagt wenn sich schon eine firma findet die diese s bahn nachbaut diesen triebzug dann müssen wir oder werden wir dafür einfach auch eine passende ausstattung herstellen und wir werden noch eine sache machen ich habe davon momentan leider nur eine abbildung da der frank kann es glaube ich nachher hier ganz gut erkennen die passende stromschiene für diese s bahn und nein liebe leute die stromschiene ist natürlich nicht funktionstüchtig die haben wir auch noch mit nachgebildet die gibt es jetzt auch sofort mit dem bahnsteig und der ausstattung zusammen also wer diesen triebzug dann später mal sein eigen nennt von der firma kress der kann den vorbildgerecht mit einer stromschiene das ist halt wie gesagt ein dummy nachbilden und ich habe mal ein bisschen recherchiert im übrigen nicht nur in berlin mit der s bahn gab es diese stromschienen sondern auch in fabrikanlagen zum beispiel kran anlagen die elektrisch betrieben wurden konnten mit stromschienen betrieben werden oder kleinere zubringer bahnen die von fabriken zum zum güterbahnhof oder ähnliches gefahren sind elektrisch gefahren sind auch die konnten mit stromschienen betrieben werden also ihr merkt das thema stromschiene ist hier nicht nur s bahn gebunden sondern das könnte glaube ich sehr sehr universell verwenden ich denke das ist ein cooles set wie gesagt in zügen denken und eine sache ist noch ganz wichtig habe ich auch so ein bisschen gelesen dass dann einige gefragt haben ja jetzt haben wir die die s bahn arkaden und so weiter jetzt haben wir diese stadtbahn arkaden gesehen wann macht er denn das immer mit der ruhe rum wurde auch nicht an einem tag erbaut wir sind drüber die ganzen arkaden die stadtbahnbrücke der bahnsteig abgang für den bahnsteig kopf also für den bahnsteig ende das wird alles noch kommen aber immer stück für stück ist nicht alles auf einmal herstellbar deswegen haben wir gedacht jetzt als erstes den bahnsteig und der war ja wirklich schon lange gefordert damit kommen wir jetzt raus und dann geht es nach und nach weiter und das auch eine firma ist die sich sehr breit auch im segment tt aufstellt wird jetzt noch eine sache und frank ich glaube jetzt wirst du langsam richtig hibbelig weil jetzt zeige ich dir mal was wir haben nämlich noch eine überraschungs neuheit und die hole ich mal ganz schnell da sind wir wieder ich räume das mal weg und stelle das einfach mal so hin es gibt nämlich zwei richtig coole sachen für die nennengröße tt und zwar das erste ist dass wir gesagt haben wir machen paletten die kennt ihr schon aus dem halb null programm war ja mal eine neuheit wir haben die auch wieder in zwei farben gemacht hier in der kleinen schachtel sind wir 32 stück drin 32 spritzlinge 32 einzelne paletten natürlich und wieder in zwei farben gemacht eine etwas dunklere alte palette oder frische paletten es gibt einen kleinen unterschied auch das habe ich natürlich schon im forum gelesen da waren wieder leute ganz ganz schnell wenn wir die paletten mal umdrehen sehen wir hier auf der rückseite dass es kein mittelsteg gibt an der palette sondern nur drei klötzchen das hat einfach formtechnisch was zu tun diese form hätte noch zwei schieber mehr bekommen müssen wäre also richtig teuer geworden und auch sowas spiegelt sich natürlich dann im preis dieser paletten wieder wer das noch nachbilden möchte weil er sagt ich muss mal ein zwei paletten auch umgedreht darstellen klötzchen ein bisschen runterfeilen kleines evergreen profil auflegen farblich behandeln und damit ist der sache dann auch genüge getan aber ich denke das wird jetzt keinen abbruch schaffen diese paletten zu kaufen und eine sache über die habe ich mich total gefreut weil der konstrukteur sich da echt mühe gegeben hat der war schon eine ganze zeit drüber und hat immer gesagt naja wir gucken mal wann es kommt deswegen war es auch nicht angekündigt wir haben hier den bausatz des kleinen gabelstaplers dfg 1002 das wären einige von euch vielleicht noch kennen dieses arbeitsgerät ich kenne es noch ich habe sofort wieder den sound im ohr frank nickt ja der hat auch den sound im ohr kennt man noch den haben wir in zwei farben rausgebracht nämlich in orange und blau beide liegen diesem bausatz bei ich zeige euch mal die schachtel so sieht das ganze aus ja und diese gabelstapler glaube ich die werden bei euch keine wünsche offen lassen ja leute maßstab 1 zu 120 wir können nichts dafür es ist klein es ist filigran aber wenn die fertig sind wow absolute klasse wir haben gummibereifung mit drauf wir haben alle wichtigen schaltelemente der trafo trafo sage ich schon der der auspuff ist natürlich hier mit dran sitzt lenker hat nichts was fehlt und diesem bausatz liegen für jeden gabelstapler zwei von diesen traversen bei in verschiedenen größen der blaue hat hier mal die kleine traverse der orangefarbene hat die hohe traverse und natürlich paletten haben wir auch gleich mit beigelegt und ihr seht die passen wirklich eins zu eins hier auf die gabeln also ich denke mal da bleiben keine wünsche offen was man vielleicht auch noch erwähnen sollte ist ja diese kleinen gabelstapler sind sechsfach bedruckt ja also das heißt wer jetzt sich diesen gabelstapler anguckt und sagt naja jetzt hat der lorbeer gesagt er ist sechsfach bedruckt zwei seiten sehe ich und den hinteren teil ja muss aber zweimal gedruckt werden einmal grau danach schwarz drauf also deswegen sechs drucker hat dieser kleine gabelstapler ich finde es total cool total knuffig geworden dieses gerät einige wissen es ja ich bin ein h0 modell autosammler aber die kommen auf jeden fall in meine sammlung steht jetzt schon fest so was soll ich noch dazu sagen wir sind jetzt am ende der kleinen neuheiten show ich darf mich bedanken dass ihr alle zugeschaut habt frank darf mich auch bei dir bedanken wenn es wieder mal was neues gibt sage ich dir bescheid dann werdet ihr auch gleich informiert und dann sage ich bis zum nächsten mal macht's gut ja danke lieber mike dass du uns die neuheiten von auhagen vorgestellt hast ich finde es ja übrigens sehr sympathisch liebe freunde dass die neuheiten nicht alle geballt im januar kommen wie es bisher immer so üblich war ich weiß nicht wie es ihnen geht aber ich freue mich jedes mal wenn dann so alle vierteljahre mal hersteller anrufen sagen frank du könntest mal was vorstellen wir haben da wieder was neues rausgebracht ich weiß nicht wie sie drüber denken aber ich finde es ganz große klasse so kommt stückchenweise im laufe des jahres immer was auf was man sich freuen kann ja und mal ganz ehrlich die tt-bahner dürfen sich diesmal nicht beschweren also der bahnhof da steht zwar ostkreuz dran da kann man auch andere sachen machen ich hatte vorhin scherzerweise zu mich gesagt das sieht aus wie schöne weide also sehen schon dieser bahnsteig mit diesen häuschen ist zwar typisch berlinerisch sage ich mal aber das kann man auch jederzeit woanders implementieren das ist überhaupt keine frage und ich denke das ist sehr sehr schön und der gabelstapler mike hat es ja gerade gesagt diesen geruch von diesem von diesem diesel das ist und der klang dazu also ich muss wirklich sagen wie ich die gesehen habe geht mein herz auf und für meine anlage muss ich das portemonnaie aufmachen ich bin ja auch gerade am basteln und bauen und habe ja auch fast ausschließlich auhagen produkte im tt-bereich und die tt-bahner werden mir recht geben der einzige hersteller in deutschland im tt-bereich wo man sehr fündig wird ist auhagen und da muss ich auch noch mal richtung erzgebirge vielen vielen dank aussprechen dass ihr euch so herzlich um die modellbahner kümmert aber auch über die anderen um gottes willen ich will jetzt niemanden in der richtung benachteiligen so das war's lange rede kurzer unsinn das war diese tolle sommerneuheit von auhagen dann freuen wir uns doch auch mal auf den herbst und auf den winter was dann noch so kommt im weihnachtsverkauf ich kann mir schon vorstellen dass da noch einiges kommen wird aber ansonsten liebe freunde vielen dank fürs zuschauen wo immer sie uns auch gesehen haben ja und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal auf gleicher welle und kanal ihr frank buttig tschüss bis zum nächsten mal auf gleiche